hallo jetzt habe ich einen hustanfall bekommen moin ist das nicht schön ist erkältet ja und hat mich fast mit angesteckt ja nein du hast mich angesteckt wieso weil du noch nicht krank bist naja ich versuche dich ja wieder gesund zu stecken angesteckt natürlich jetzt ausstecken ah ja das ist logisch ja hier sind zwei die wollen mich doch nicht sehen wo ist denn der andere dort super extra weit weg gegangen die wollten mich auch nicht ich habe eine vermutung ich habe auch eine vermutung ach ja also ich gehe noch mal zurück und wir fangen einfach noch mal an wir lassen das aber laufen die aufnahme ja du bist ja auch schön witzig ja ich muss sie noch mal schnell ja wir tun einfach so als wäre nichts passiert genau wir haben zwar auf einmal zwei löscher drin aber das bestand ist da oben stimmt das hat niemand gesehen wieder outtakes so wieso outtakes das bleibt einfach drin willst du so in der aufnahme machen oder was natürlich bleibt das drin hallochen grau hier ist übrigens krank nein bin ich nicht also im kopf ja das ist wie immer und ja wir waren ok um das mal kurz zu erklären wir waren im game mode weil wir mal ein bisschen rumgeguckt hatten noch ja letztes mal mit dem schirmenhund ja aua ich hab dich da doch nicht gehauen du da auch nie mit einem Satz doch nicht wenn du auf das wort spasti reagierst kann ich auch nicht dafür ja reagiere ich immer auch ja ja mensch ja ähm neues texture pack ja gut äh so neu ist es vielleicht für euch nicht aber ja sieht schon nicht schlecht aus die neuen cobblestones ach hier stimmt ja finde ich besser als die alten stimmt schon ja allzu viel hat sich nie verändert aber ja was solls was wollen wir tun wir waren ja das letzte mal schön in eine Höhle und sowas ja alt konkret in Höhle und äh na toll dann waren wir äh auf unserem Marktplatz mal Haus bauen ja ja graui dein äh wunderschönes etwas hier hinten noch ja mein Strand dein das wird noch Strandoase wird das ja ein Strand äh ja sehr großer Strand das wird noch na wenn dann müssten wir das hier rum machen alles rund rum äh nein nicht komplett drumherum sicher ja rum ist denn hier ein Loch sieh ich nie vielleicht war das letztes mal schon ja ja dort ist ach hier ist eine kleine Höhle ach guck mal hier ist eine Höhle ach hier ist eine Höhle oh und auch noch eine Höhle mit ach hier waren wir es hier waren wir im Winter drin das war die Höhle ach so wo wir dann diesen Skelett Spawner gefunden haben ach so war der es hier? ja da bin ich mit ach so da können wir es dazu machen ja das Loch ist langweilig oh ich habe auch keine Erde ich schau mal Tropenholz Erde vier Stück sollte reichen so sehr gut sehr gut äh Schaufel ja was haben wir denn halt vor? äh äh Bootssteg ein Bootssteg oh ja ein riesen Bootssteg ne schön klein aber fein was denn hier los? hier ist ja ganz viel Erde Rohstoffe wenn wir noch dazu kommen können wir ja eine kleine Bootstour machen eine kleine Bootstour ja meine Damen und Herren das war natürlich wieder mal nicht meine Idee ja aber natürlich machen wir eine Bootstour ja warum denn nicht? ja ich bin noch voll dafür ja ja finde ich auch auch jetzt 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 tue man nicht so ich tue nie so ich bin doch ganz normal auf jeden Fall ja du tust doch hier grad so komisch ja ja so schau mal was kann man hier los was? nisch gut ich schau grad was ich noch wegräumen kann weißt du? wie wegräumen? na was ich jetzt nicht mehr brauche was brauchen? na im Inventar ja haha boah ich tue mal bei Amazon schnell was bestellen genau weil das ist ja grad eingefallen dass du noch im Pättchen Sand bestellen musst eben wo willst du denn den Steg hinhauen? äh am Fluss am Fluss na dann viel Spaß dann können wir nämlich auf dem Fluss ein Atomstor weil hier auf den kleinen Tümpel hier bringt es nicht irgendwie ein Bootstädchen zu machen ja da kannst du nicht viel entdecken hab noch von den German Hongs so viel Zeug hier einstecken also hier an Werkzeugen und so stimmt die haben sie ja alles gegeben na so nicht waren sie ja ja das will ich jetzt grad noch ausräumen der Herr Mr. Skinner ne? ja der Herr Skinner der hieß da so der Gelbe ne? ja aber der hatte nie Schuld der hatte Schuld ne ach doch also das muss wir erstmal also die der Videobeweis besagt er dass er nicht schuld war der hat es mit Absicht der hat es mit Absicht so aussehen lassen dass er dass es so aussieht als wäre er nicht schuld verstehe ich nie haha das ist doch eigentlich ganz einfach na dann fang mal an nö zum Glück ich hab das ja nur so gesagt ach dann das wusste ich ja 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 so ach Mensch dieses Sortieren zum Glück kommen wir in die so eine riesen Dingsprobleme sind ich glaube ich muss ja mal oben wie den Wald anpassen aber nicht anzünden ne an oh anzünden wäre jetzt natürlich eine Idee das wäre am schnellsten aber da haben wir glaube ich einen ewigen Waldbrand vor uns eben ein ewiger Kreis mhm so Gold war unten Erde nehme ich mit ach Mensch Eichenholzbretter habe ich auch noch brauche ich halt ach doch die brauche ich ja zum bauen ja ja ich bräuchte ja wie mache ich denn das am dümmsten Blumen kommen in die Kotze Kiste so also ich habe mir jetzt vorgenommen für den Rest des Jahres was ja nicht mal so lange geht ne werde ich mich extrem gegen Dekoration wehren weil vereinzelt Leute denken ich gebe langsam nach das ist nicht so meine Damen und Herren ich werde nicht nachgeben Blumentöpfe werden immer ein Graus für mich sein nämlich Sonja Graus ach du hast ja wieder mit den Namen heute hin und her gespielt eben besser als Blumentopf hin und her gespielt ich spiele ich spiele ja nicht ich ich stelle die bloß so oft dass sie schön aussehen ja wenn es wenigstens so wäre das ist so wo haben wir in Pfeile hingetan bestimmt bei Werkzeugen und ne oder bei Waffen wir haben keine Waffen wir haben keine Waffen ne stimmt das ist das ist bei Wertzeiten habe ich auch gesagt Werkzeug und habe Rüstung reingehauen ich habe nichts mehr zu essen doch ich habe noch ne Torratte ärgerlich so die nehmen wir mal mit können wir hier lassen Axt haben wir hier auch noch Essen Essen Lebensmittel so ne Lore man was habe ich denn hier alles einstecken und nur Mist drei Öfen vor allem ja die braucht man immer für unser Wild ja man oh ihn werde ich aber mitnehmen ja das auch nicht man weiss ja nie das stimmt ja so was haben wir noch weil wir auch so weit von daheim entfernt sein werden und den Bootsteg machen ah jetzt habe ich vergessen was ich mitnehmen wollte oh das ist ja nämlich ganz oben aber eh ne Frage hätte ich mal an dich die habe ich dir halt noch nie gestellt warum äh redest du denn durch die Nase ich rede durch die Nase naja man hört das schon ja irgendwie ist die verstoppt wo kommt denn das her was ist denn passiert ich weiß es nicht also das ist alles bei der Kälte bist du ja nie hast du gesagt nö stimmt habe ich dir gesagt äh hm äh ja hast du einen Tampon in der Nase ja 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 genau das ist so eine Sucht vom Graui so ein Tampon in der Nase ohne den kann man nicht einschlafen ich hätte nicht gedacht dass man das hört weil eigentlich geht es mir ja fast super ah ja verstehe ich jetzt nie also fast super fast Suppe fast Suppe achso das verstehe ich ach das ich meine das können wir jetzt auch wegreißen normalerweise was denn was das Grünzeug hier wird nichts weggerissen nicht ne dann bleibt das halt was denn überhaupt weges Grünzeug komm in der Bude im Wohnraum achso ja das kann weg das ist ja dein Dekoscheiß ne jetzt ist zu spät jetzt stehe ich schon im Bett na schön komm stehst du jetzt auch Pinn oder ja ja ich komm gleich in drei Stunden ne jetztse ooooh der feine Herr ja entschuldige dass ich heute mal länger rausgegangen bin als du sonst bin ich immer eher in dem Bett und warte auf dich ja siehste mal warum weil ich auch immer warte das beruht auf Gegenseitigkeit ne ja ich wollte dir halt auch mal zeigen wie das ist ich hab kein Problem damit da kann ich inzwischen Nase sauber machen oh gerade in dem Moment ach nicht bist du also doch erkältet nein ich hab bloß was in der Nase achso so dann hol ich nochmal schnell die Schere wa was dann hol ich nochmal schnell die Schere und da bauen ach das kann man später machen achso ne die Schere hab ich auch eingesteckt aber ich hab fast kein Platz im Inventar ja wieso leerst es niemal weil ich grad keine Zeit hab achso ich entleer es hier und zeig das allen nur noch wisst du weil ich aufnehmen muss wie immer ja warum sind eines die zwei Hütten von denen so übelst leer das ist äh egal das ist wieder unsere Kreativitätssache würd ich sagen achso die stellen immer bloße Hütten hin und wir machen dann was draus genau schon wieder wieso kommen hier immer die Skeletts hier hinten Skeletts Skeletts na komm aber bewegen tut er sich auch nie du Spasti du voll und oh du Penner äh das nimmer ist natürlich eine Böde entschalten ach der hat einen Bogen gedroppt geil wir haben einen ersten Bogen hier steht neun Skelett ich hab zwei Böden einstecken na wieso nutzt ihr sie nie? weil ich ja die Monster sind also bei mir hier ist noch ein Skelett wo bist denn du? hier? wo? wo? hier hinten wo ist man zurück? äh äh auch hier hier ist noch niemand hier ist noch niemand Production Bauen wir mal einen Steg beziehungsweise du was bis ich bis blablabla no? genau ne bis ich das erkannt habe oder? das hat lange gedauert Weiß ich nie. Hä? Was? Du hast es gerade gesagt, das hat es aber lang gedauert. Bis du mich gefunden hast bestimmt. Nee, bis er das verarbeitet hat oder keine Ahnung. Du hast es gerade so etwas gesagt. Ja, ich habe, das hat ewig gedauert, ne? Nee, um was? Bis, bis das, bis sich die Essensanzeige gefüllt hat. Ach so, nee, das wollte ich ja wissen. Ich habe hier unten den Koppel hingesetzt. Wo? Und das Wasser. Das macht mir Angst. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir das waren. Vielleicht waren es auch die Horns oder die anderen beiden von uns oder... Die anderen beiden von uns. Ja, Marius und Paddel. Wie hießen die nochmal? Ja, nein. Marius und Paddel oder... Ach, hier sind wir. Ach so, jetzt weiß ich, was das ist. Na toll. Das war die... Hier kommen wir auch in die Felsspalte. Ich bin jetzt in der Felsspalte unten. Ah. Ah. Das ergibt natürlich keinen Sinn. Der Lecoblos... Sdonos. Lecoblos Sdonos. Ja doch, Koblos Sdonos. Ach so, das ist vielleicht so... Ach so, das ist vielleicht so... Ach so, das ist vielleicht so... Und ich bin... Ja doch... Opa. Ich bin so, das ist vielleicht so... Ich bin so, das ist... Vielen Dank.